Tobias Hoch hatte mich als rechts beschimpft und in seinem Stream ziemlich abwertend über mich geredet. Darauf hatte ich reagiert. Nun hat darauf einzig Hugo reagiert. Er scheint wohl gerade Mangel an Kuchen- und Schuyoka-Content zu haben. Deswegen reagiert er relativ viel auf mich oder findet meinen Kanal so interessant. Keine Ahnung. Naja, ich habe das Video von ihm auf jeden Fall nicht gesehen. Ich bin gespannt, was er zu sagen hat und würde sagen, los geht's. Der Agitator des Tobias Hoch-Hasses, ich meine natürlich der sozialen Marktwirtschaft. Also nein, ich hasse Tobias Hoch nicht. Er hat nur halt in seinem Stream schlecht über mich geredet, weswegen ich auf ihn reagiert habe. Hat mal wieder auf Tobias Hoch reagiert, denn dieser beschimpft ihn als rechts. Mal schauen, ich finde es auch Blödsinn, Agitator als rechts zu bezeichnen. Ich würde auch das BSW übrigens nicht als rechts bezeichnen. Das BSW ist eine linke Partei, würde ich schon so sagen. Es ist eine wirtschaftlich linke Partei, insgesamt eine linke Partei. Aber das heißt ja nicht, dass sie gut ist. Also wer denkt, man muss das BSW als rechts framen, um dagegen sein zu können, der hat halt ein Politikverständnis von links gut, rechts böse. Deswegen würde ich auch nicht sagen, dass Agitator rechts ist. Ich würde sagen, dass Agitator... Ich will nicht abgemahnt werden. Schauen wir mal rein. Tobias Hoch und Maximilian Pütz hatten eine Auseinandersetzung auf. Ich habe bisher eigentlich noch nie eine Person abgemahnt. Du wärst dann tatsächlich der Erste. Also da verlege ich gerade, was müsste jemand sagen, damit ich ihn abmahnen würde. Auf Twitter, die Tobias Hoch dann auch in seinem Stream besprochen hat. Und sagen wir mal so, du müsstest dir echt Mühe geben, um das hinzubekommen. Im Rahmen dessen hat sich Tobias Hoch auch über mich geäußert. Wir schauen uns mal an, was unser Lieblings-FDP-Streamer denn so in seinem Stream über mich erzählt hat. Also wer es nicht mitbekommen hat, der Kanal von Maximilian Pütz wurde gesperrt. Maximilian Pütz hat auf Twitter den Verdacht geäußert, dass Tobias Hoch damit was zu tun haben könnte. Ich habe keine Informationen in diese Richtung drin, aber wie gesagt... Ja, Maximilian Pütz hat irgendwie auch einen ziemlich irrationalen Hass auf Tobias Hoch. Das war ja auch komplett wild. Also Maximilian Pütz ist der Typ, der gesagt hat... Irrational, er wurde von... Also Tobias Hoch hat ein ziemlich polemisches Video gegen ihn veröffentlicht und ihn dann angezeigt. Irrational würde ich da eine leichte Antipathie zumindest nicht nennen. Hier, wie kann man nur diese Holocaust-Leugnerin da ins Gefängnis sperren? Das ist doch unmenschlich. Wir haben ja gar keine Redefreiheit hier in Deutschland. Die Redefreiheit existiert gar nicht. Turns out, sie existiert auch nicht. Was halt in Deutschland so ist. Und dann hat Tobias Hoch aufgrund dieses Videos, weil da Aussagen drin waren wie... Selbst wenn ich 100% davon überzeugt wäre, dass der Holocaust genau so stattgefunden hätte... Punkt, Punkt, Punkt. Hat Tobias Hoch ihn dann anzeigen wollen. Hat er zumindest in seiner Reaction gesagt. Und daraufhin hat Maximilian Pütz im Interview, beziehungsweise in der Diskussion mit Salami... ...einfach komplett gegen Tobias Hoch gerantet. Dann hat er übrigens auch noch gesagt, Tobias Hoch würde behaupten, es gibt in Gaza irgendwie kein ziviles Leid oder sonst was. Gegen den war ich komplett wild gegangen. Einfach Thema geworden innerhalb dieses Streits und entsprechend schauen wir uns das jetzt gemeinsam an. Ich war es angeblich. Ja, er sagt, das war der Hoch. Oder er vermutet es, dass es der böse Tobias Hoch war, weil so ein anderer rechter Spinnater sich darüber aufregt, dass... Ähm, der andere rechter Spinnerte, das bin ich. Also erstmal weiß ich nicht, wie Tobias Hoch dazu kommt, mich hier als rechts zu bezeichnen. Ich vertrete überhaupt keine rechten Positionen. Ich setze mich für eine Egalität... Ähm, ich vertrete überhaupt keine rechten Positionen. Agitator, ich vertrete überhaupt keine rechten Positionen der sozialen Marktwirtschaft, der neulich noch gesagt hat, wenn jemand ankommt und sagt beim Thema Corona oder beim Thema Russland, bist du wie die AfD, soll man sagen, ja, weil die AfD da recht hat. Ja und? Also die AfD hat da vielleicht auch keine rechten Positionen? Also gegen Wirtschaftskriege zu sein ist doch keine rechte Position. Also das ist vielleicht nicht falsch, nur weil die AfD das fordert. Oder dass es eine Corona-Aufarbeitung gibt. Also das ist überhaupt keine Links-Rechts-Frage. In Schweden, da waren die Sozialdemokraten, die eine Macht waren, tatsächlich für eine sehr lockere Corona-Politik, ohne diese ganzen Lockdowns, ohne diesen ganzen Unsinn. Und die Schwedendemokraten, ähm, die waren tatsächlich, äh, für eine sehr viel restriktivere Politik. Also, ja, beziehungsweise, ich habe gerade gesagt Lockdowns und den ganzen Unsinn. Also mittlerweile wissen wir ja, dass es da durchaus viel zu kritisieren gab. Ich war während der Corona-Zeit selbst, äh, tatsächlich noch relativ unkritisch. Meine Meinung hat sich da jetzt im Nachhinein auch geändert. Also, ja, ich finde, dass das auch kein, überhaupt keine Rechts-Links-Frage ist. Also das ist eine, also das hat Sinan auf seinem Kanal ja auch schon gut erklärt, das ist eine Frage zwischen liberal und autoritär. Also bist du eher für einen Staat, der, ähm, autoritär Regeln setzt, äh, das Leben einschränkt? Oder bist du für Liberalismus, bist du dafür, dass, ähm, die Individuen halt tun können, was sie wollen? Und da, ja, da findet dieser Konflikt eher auf der Achse statt. Das ist kein Konflikt zwischen, ähm, rechts und links. Dass sie gesagt hat, ja, dann haben die, dann muss man sagen, in den Punkten stimme ich der AfD zu. In den Punkten hat die AfD recht. Oder man sollte allgemein einfach sagen, die AfD hat recht. Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe gesagt, in den Punkten, wo die AfD recht hat, Russlandsanktionen zum Beispiel, da sollte man sagen, ja, die AfD hat recht. Warum sollte man das nicht sagen? Wenn die AfD sagt, wir sollten keine kleinen Katzenbabys erwürgen, gehst du dann hin und sagst, äh, nein, du gehst nicht hin. Also natürlich gehst du dann nicht hin und sagst, äh, ja, man sollte kleine Katzenbabys erwürgen. Natürlich, das würde niemand machen. Also da, wo die AfD recht hat, da muss man auch sagen, ja, die AfD hat recht. Und da muss man dann nicht irgendeinen Grund erfinden, warum, ähm, warum die eigene Position doch ganz anders ist, als die der AfD, obwohl die AfD in der Frage einfach recht hat. Dann sollte man sagen, ja, weil die AfD recht hat. So, wie könnte man darauf kommen, dass der Einzelpunkt, ne, doch ein bisschen in Richtung rechts tendiert? Weil die AfD ist eine rechte Partei. Da sind wir uns offensichtlich nicht einig. Die AfD ist eine rechte Partei. Also sind alle Positionen, die jeder AfDler immer vertreten hat, immer rechts. Geniale Logik. Agitator, ich schaffe den ÖAR ab. Ich reformiere den nicht, sondern schaffe den... Ähm, nein, das stimmt so nicht. Ich kann meine Position zum Öffentlich-Rechtlichen hier nochmal erklären. Ich bin in der idealen Welt für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, der von gelosten Bürgerräten kontrolliert wird. Also gelosten Bürgerräten, wo wirklich jeder Bürger unabhängig von irgendwelchen Kriterien die Chance hat, reingelost zu werden. Also das wäre meine Idealvorstellung. Wo keine Interessenverbände und Parteien bestimmen, wer da sitzt, sondern wo es wirklich einen gelosten Bürgerrat gäbe. Das wäre meine Idealvorstellung. Also ein reformierter ÖAR. So sähe die Reform des Rundfunksrats in meiner Idealwelt aus. Das habe ich auch immer gesagt. Ich bin so gesehen nicht für eine Abschaffung des ÖARs. Jetzt ist die Frage, wie sollte man sich, wenn man jetzt in einem Parlament sitzt, verhalten, wenn über den Rundfunkstaatsvertrag abgestimmt wird. Sollte man dann sagen, okay, wir kündigen den Zweifel auf oder wir stimmen dafür. Und wenn die Wahl steht, muss ein ÖAR wir jetzt organisiertes beibehalten und den Rundfunkstaatsvertrag aufkündigen, dann bin ich für eine Aufkündigung. Also wenn es diese zwei Alternativen gibt. Also habe ich auch immer wieder so erklärt. Also Hugo erstellt mir schon mal eine Position, die ich so nicht habe. Also wie gesagt, ich bin für eine Reform des ÖARs. Wenn es aber die Möglichkeit nicht gibt, sondern nur die Möglichkeit besteht zwischen beibehalten und abschaffen, dann wäre ich für abschaffen. Den AB der Sozialmarktwirtschaft vertritt natürlich keinen einzigen rechten Standpunkt. Das ist klar. Teherere Gesellschaft ein. Ich bin für Umverteilung von der Finanzelite zu den einfachen Bürgern. Von oben nach unten. Anders als die FDP übrigens, wo Tobias Hoch Mitglied ist. Für eine linke Wirtschaftspolitik. Anders als Tobias Hoch übrigens. Also weiß ich nicht, wie er dazu kommt, mich als rechts zu bezeichnen. Ich gegen Fake News vorgehen möchte. Gegen diese ganzen rechten und nervigen Demo. Und das macht einen rechts, weil man der AfD zustimmt. Und schwach. Schwach ist... Das ist auch toll, wie kritisch sein Chat und sein Kommentarbereich immer noch sind. Wir gucken uns gleich auch mal die Kommentare an. Also ich habe das Video hier noch nicht gesehen. Ich kenne hier den Kommentarbereich nicht. Ich kenne unter dem letzten Video. Da hatte ich dann später nochmal reingeschaut. Waren viele Kommentare sogar eher kritisch zu ihm. Schwach ist es, wenn man mir nicht zuhören kann. Ich habe gesagt... Ja, ich habe dir zugehört. Lassen wir es ihm nochmal erklären. Ich bin in keinem einzigen Punkt rechts. Der sozialen Marktwirtschaft hat das gesagt. Er hat nämlich nicht gesagt, ich bin nicht rechts. Da würde ich Agitator sogar zustimmen. Ich würde sagen, er ist eher so... Ja, linksradikaler Putin-Freund. So meine polemische... Warte. Putin ist doch rechts. Der ist doch konservativ, oder? Der müsste auch eine relativ neoliberale Wirtschaftspolitik. Also den würde ich jetzt schon als rechts bezeichnen. Und ich bin auch kein Putin-Freund. Das ist auch schon wieder falsch. Stimmt einfach nicht. Aber ja. Einschätzung von ihm. Aber in dem Punkt stimmt er doch dann offensichtlich einer rechten Partei zu. Und dem gesamten Rechts... Ja, Rechts-AfD-Lager in Deutschland. Das ist ja die Konsensmeinung. Ja, aber nur, weil eine rechte Partei einen Punkt vertritt, ist dieser Punkt nicht rechts. In dem rechten Lager in Deutschland. Dem er in dem Punkt zustimmt. Dann hat er in dem Punkt doch eine rechte Position. Also ihr merkt es, das ist ein logischer Fehlschluss. Nur weil jemand, der rechts ist, eine Position vertritt, ist diese Position damit nicht automatisch rechts. Aber angeblich... Angeblich vertritt er keine einzige rechte Position. Die Position ist nur vernünftig. Ja, aber die kann doch rechts unvernünftig sein. Also, selbst wenn du sagst, die Position ist vernünftig, dann leugne nicht, dass es eine klassisch rechte Position ist, weil das gerade nun mal eine rechte Position in Deutschland ist. Leugne nicht, dass... Also mir fällt tatsächlich keine dezidiert rechte Position ein, die ich vertrete. Also ihr könnt ja mal von mir aus Dinge in den Chat posten, aber was heißt rechts? Also wenn rechts heißt, für mehr Hierarchie, für eine hierarchische Gesellschaft, dass die Eliten mehr Macht bekommen, das einfache Volk weniger macht. Wenn man das als rechts definiert. Wo vertrete ich eine rechte Position? Bitte erklärt es mir. Dass es so ist, selbst wenn du sie für vernünftig hältst. Demokratiefeindlichen Schwurbler, wenn man sich für Demokratie einsetzt, freiheitliche, demokratische Grundordnung, dann kommen die ganzen... Nein, das stimmt meiner Ansicht nach so nicht. Tobias Hoch hat, als es um Influencer wie Dominik Kettner, wie Chrissy Rieger, wie Alexander Rauer ging, Influencer, deren Meinung ich persönlich nicht teile. Wie gesagt, die sind teilweise relativ AfD-nah. Ich bin kein Freund der AfD, das ist ja bekannt. Vor allem, weil ich die Wirtschaftspolitik der AfD nicht teile, aber... Ja, es geht nur um Wirtschaftspolitik oder auch bei anderen Sachen. Vor allem interessiert es mich ja auch, wie häufig Agitator über Wirtschaftspolitik redet, weil ich höre ja, er ist überhaupt kein Freund der AfD, wegen der Wirtschaftspolitik. Dafür ist sein Kanal nicht sonderlich voll mit Wirtschaftspolitik. Äh, schauen wir doch mal. Fabio De Masi, obwohl das sind Reaktionen auf Talkshows. Also Fabio De Masi hat kurz über Wirtschaftspolitik gegründet. Sarah Wagenknecht hat in ihrer Rede auch Wirtschaftspolitik erwähnt. Äh, VW, rein wirtschaftspolitisches Thema. Ähm, okay, Marcelus Wallace war jetzt keine Wirtschaftspolitik. Anti-Spiegel-TV auch nicht. Tick. Na, schau dir meinen Erstkanal an, da ist fast nur Wirtschaftspolitik-Thema. Mal so anschaue. Also ich sehe hier was zu Gaza. Ich sehe was zu Tobias Huch. Da ging es auch nicht um Wirtschaft. Es ist... Äh, das VW-Video beispielsweise. Und auch im Gespräch mit John-Lucas Dittrich beispielsweise war Wirtschaftspolitik natürlich ein Thema. Also da ging es dann um Schuldenbremse und solche Sachen. Der greift die Meinungsfreiheit an. Wirtschaft ist halt kein Thema auf seinem Kanal. Doch, doch. Ja, guck dir doch mal die Videos an. Natürlich ist ja Wirtschafts-Thema. Die Ampel muss zurücktreten. Natürlich geht es um den wirtschaftlichen Niedergang. Denn jedes Mal, wenn ich die Regierung kritisiere, geht es... Also rede ich über den wirtschaftlichen Niedergang, den die Ampel gerade hier in Deutschland eingeleitet hat. Oder nicht eingeleitet hat, den sie fortführt. Das ging ja in den letzten Jahren von Merkel schon bergab. Weil das keine Klicks zieht. Sag mal was. Ich habe sogar ein eigenes Format auf meinem Erstkanal, Wirtschaftstalk mit Jan. Also MMT mit Jan, das ist ein anderer YouTuber. Ich bin vielleicht bald wieder aufgenommen. Jan hat in letzter Zeit leider keine Zeit. Aber da könnte vielleicht bald wieder was kommen. Als es um diese Influencer ging, die auf jeden Fall nicht demokratiefeindlich sind, und da hat Tobias Huch gesagt, er kenne eine Möglichkeit unter Ausnutzung der YouTube-Richtlinien. Ausnutzung der YouTube-Richtlinien. Es ging nicht darum, dass man YouTubes Content-System nutzt, wie es vorgesehen ist, sondern es ist eine Ausnutzung. Das hat Tobias nicht gesagt. Tobias hat gesagt, man nutzt die YouTube-Richtlinien. Jetzt ist es eine Ausnutzung. Ein Teil dieser Leute oder Jetzt hat er nämlich widerlegt. Das ändert natürlich alles, wenn man das Wort Nutzen durch das Wort Ausnutzen tauscht. Also kann ich wirklich nichts gegen sagen. Alle diese Leute zu sperren. Beziehungsweise die konkrete Ankündigung war, dass 80% dieser Leute in einem Monat weg wären, wenn Tobias Huch diese Möglichkeit nutzen sollte, die er da beschrieben hat. Schaut euch die genauen Aussagen bitte in dem Video an, wo ich Hatten wir uns eben angeschaut. Wir machen jetzt Agitator-Marathon. Dass ich das genauer aufbereitet habe. Und das ist meiner Ansicht nach die Ankündigung, beziehungsweise die Forderung nach Zensur von anderslautenden Meinungen. Hier hat also der Poli... Hier kommt gerade nochmal die Chatnachricht. An der AfD ist auch nichts schlecht. Was ist dein Punkt? Ich habe ja nicht gesagt schlecht. Ich habe gesagt, du kannst nicht sagen, dass es dann kein rechter Punkt ist. Ich habe nicht bewertet... Doch, jeder Punkt, den die AfD vertritt, muss automatisch recht sein. Wie gesagt, für Frieden gegen Waffenlieferungen zu sein, ist nicht rechts. Gut oder schlecht. Ich habe nur gesagt, dass es ein bisschen lächerlich ist, dass der Agitator, welcher sagt, man soll in dem Punkt halt den Rechten zustimmen, dann am Ende sagt, er ist in keinem einzigen Punkt rechts. Und ich habe ein Problem damit, wenn er das leugnet am Ende. Ein FDP-Mitglied? Also das nenne ich mir doch mal einen Punkt, wo ich eine dezidiert rechte Position hätte. Also mir fällt jetzt keiner ein. Kann ja sein, dass ich den habe. Das fällt mir halt nur gerade nicht ein. Eine Regierungspartei gefordert, dass oppositionelle Kanäle auf YouTube gesperrt werden sollen, beziehungsweise er hat angekündigt, dies eventuell machen zu lassen. Und das ist meiner Ansicht nach ein schwerer Angriff auf die Meinungsfreiheit. Und die Meinungsfreiheit ist ja eine Grundfeste der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Also du kannst nicht sagen, ich kämpfe gegen die Meinungsfreiheit und andererseits setze ich mich für die freiheitlich-demokratische Grundordnung ein. Das verträgt sich nicht. Die Meinungsfreiheit ist essentieller. Wir haben aber keine Redefreiheit. Also es gibt ja durchaus einige Einschränkungen der Meinungsfreiheit, die sie von der Redefreiheit unterscheiden. Die durchaus hoch umstritten sind. Also gerade der Volksverletzungsparagraf ist ja so beliebig auslegbar zum Teil, dass der von Juristen auch hart kritisiert wird. Es gibt in Deutschland keine absolute Meinungsfreiheit. Die gibt es in den USA, beziehungsweise absolute Redefreiheit heißt es dort. Selbst sie hat einige kleine Einschränkungen, aber keine prinzipiellen Einschränkungen. Es ist aber kein Widerspruch zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung, wenn man einzelne Aussagen verbietet. Ja, oder einer. Ja, aber 80 Prozent der Kanäle, die unter diesem Wagenbegriff Fake News zusammengefasst werden sollen oder Fake News und was war das noch, Schwurbelkanäle war glaube ich die Wortwahl, die nicht sperren zu wollen, das ist dann schon ein Angriff auf die Meinungsfreiheit. Also wenn ein Großteil des Meinungs-Spektrums plötzlich wegzensieren will. Der essentiellen Kerne der freiheitlich-demokratischen Grundordnung. Ähm, ähm, knallköpp aus ihren Ecken und regen sich darüber auf. Wie, der will nicht, dass wir lügen. Ja gut, dann bin natürlich ich schuld. Und so schreibt er. Es gibt in Deutschland kein Gesetz, was verbietet zu lügen. Gibt es nicht. Und wer? Jein, also Straftaten darf ich nicht jeder Person unterstellen. Das ist Verleumdung. Nein, das, äh, Hugo, du verstehst es nicht. Das ist Verleumdung. Da wird das, da wird das Persönlichkeitsrecht wegen die Meinungsfreiheit abgewogen und da wird gesagt, okay, wenn du rufschädigende Lügen über Leute verbreitest, absichtlich, also Verleumdung ist ja absichtlich, über eine Nachrede ist glaube ich unabsichtlich. Ich bin kein Jurist, korrigiert mich, wie gesagt, wenn ich hier falsch liegen sollte in diesen Ausführungen. Aber, ähm, bei Verleumdung, üble Nachrede, da wird dein Persönlichkeitsrecht gegen die Meinungsfreiheit abgewogen und da wird gesagt, okay, hier ist das Persönlichkeitsrecht jetzt höher zu gewichten. Aber bei allgemeinen Aussagen, die falsch sind, keine Ahnung, der Mond ist aus Käse beispielsweise, diese Aussage ist falsch, aber du darfst sie ohne Konsequenzen äußern, da du hier nicht das Persönlichkeitsrecht von irgendjemandem verletzt. Der Mond hat kein Persönlichkeitsrecht und genauso ist das mit der Wahrheit. Die Wahrheit hat kein Persönlichkeitsrecht, zu verletzen könntest. Das heißt, eine unwahre Aussage, die, wie gesagt, keine anderen Rechte verletzt, die darfst du tätigen. Du darfst auch wahre Aussagen, die bestimmte Rechte verletzen, nicht tätigen. Du darfst ja auch nicht die Wohnadresse von irgendjemandem doxen. Obwohl das ja eine wahre Aussage wäre, die zu verbreiten darfst du trotzdem nicht machen. Das Recht unterscheidet nicht zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Das Recht kennt bestimmte Rechtsgüter, die geschützt werden müssen und da gibt es dann entsprechende Gesetze, um die zu schützen. Und die Meinungsfreiheit ist da ein sehr hohes Gut, was eben nur unter sehr bestimmten Umständen eingeschränkt werden darf. Und wie gesagt, da steht der Volksverhältnis im Paragrafen sehr stark in der Kritik und da bin ich auch sehr dafür, den zu reformieren, also den deutlich, deutlich enger anzulegen, dass nicht mehr so viel da runterfallen kann. Es gibt Gesetze, die einzelne Lügen untersagen. Also ich kann nicht sagen prinzipiell, wenn ich, keine Ahnung, sage, ich habe heute Morgen Kaffee getrunken und dann habe ich Tee getrunken, das ist natürlich keine Lüge, die verboten ist. Aber wenn es darum geht, dass ich zum Beispiel in Verträgen lüge, indem ich Lügen über andere verbreite, indem ich zum Beispiel Straftaten unterstelle, das wäre dann nochmal schwerer, dann ist das durchaus verboten. Also man muss halt schauen, es gibt nichts, was prinzipiell Lügen verbietet, aber einzelne Lügen sind ja schon verboten. Ja, in Verträgen hast du dem anderen einen monetären Schaden zugefügt. Also das sind doch jetzt, wie gesagt, konkrete Beispiele, wo du konkreten Schaden anrichtest. Also wirklich einen konkreten monetären Schaden. Jeder hat das Recht auf Eigentum, das heißt, du richtest einen Schaden an dem Eigentum eines anderen an. Das ist doch klar, dass du da nicht lügen darfst. Wie gesagt, bei Verleumdung, da geht es ums Persönlichkeitsrecht. Oder einzelne Bereiche von Lügen. Behauptet, dass es das gäbe, der lügt. Es gibt in Deutschland kein Wahrheitsministerium, was festlegen würde, was die Wahrheit ist. Es gibt auch kein Gesetz gegen Desinformation, ganz im Gegenteil. In Artikel 5 des Grundgesetzes der Meinungsfreiheit steht explizit, eine Zensur findet nicht statt. Es gibt keine staatliche Stelle, die... Ja, eine Zensur findet nicht statt. Ein Zitat, das man besser auf die Aussage von Tobias Huch projizieren könnte. Bestimmt, was nie Wahrheit ist. Es gibt keine staatliche Stelle, die irgendwie überprüft, dass diese Wahrheit auch verbreitet wird. Jein, also doch. Es ist keine staatliche, es ist keine weisungsgebundene Stelle, aber Gerichte müssen ja durchaus in manchen Fällen entscheiden, was die Wahrheit ist. Also ganz so prinzipiell kann man es ja da doch nicht sagen. Es existiert so nicht und das hat mit freiheitlich-demokratisch... Ja, in ganz bestimmten Fällen, wie bei Verträgen, wie bei Verleumdung, wie gesagt, wo bestimmte Rechtsgüter geschützt sind. Wenn du sagst, der Mond ist aus Käse, dann wird kein Gericht darüber urteilen, ob diese Aussage wahr oder unwahr ist, weil es schlicht und ergreifend egal ist, weil das ein Gericht nicht interessiert. Zumindest interessiert es ein Gericht nicht so lange, wenn wir kein Gesetz gegen Desinformation haben, was dann gesagt in der freiheitlichen Demokratie absolut nicht ginge, da das eine viel zu krasse Einschränkung der Meinungsfreiheit wäre. Hier beschreibt, das ist meiner Ansicht nach etwas, was wirklich nur in autoritären Staaten vorkommt, in denen die Meinungsfreiheit stark eingeschränkt wird. Also nur ein Wahrheitsministerium oder so, solche Gesetze gegen Desinformation, also normalerweise wird dann unter dem Vorwand solcher Gesetze alles gesperrt, was irgendwie Regierungskritik wäre. Ja, aber das liegt ja auch daran, dass es irgendwie für Agitator keine tatsächlichen Fake News gibt. Doch, natürlich gibt es Fake News, aber wer entscheidet das? Ein staatliches Wahrheitsministerium, wer nennt den Wahrheitsminister? Es gibt natürlich eine objektive Realität, aber es gibt keine neutralen Institutionen, das ist das Problem. Deswegen sollte man sehr vorsichtig sein, was für Macht man im Staat gibt und was für Macht man im Nicht-Gibt. Das ist echt seltsam. Irgendwie Russland möchte man ganz wichtig nicht als antidemokratisch bezeichnen, beziehungsweise irgendwie immer White Knight. Das stimmt doch gar nicht. Also in Russland habe ich doch dieses Gesetz gegen Desinformation kritisiert, was es da gibt. Aber da ist es irgendwie Desinformation... Also Hugo unterstellt mir jetzt schon zum zweiten Mal, das hat er schon in seiner letzten Reaktion gemacht, was ich wirklich explizit das Gegenteil gemacht habe. Ich habe ja das russische Gesetz gegen Desinformation kritisiert. Also ich weiß nicht, was das soll. Warte mal, dann ist das natürlich Zensur, wenn man Desinformation bekämpft. Und selbst wenn das wirklich Desinformation ist, weil es gibt irgendwie keine Desinformation in Agitators Kopf. Er sagt ja nicht... Doch, es gibt Desinformation, es gibt aber keine... Ihr merkt es, es sind nur Unterstellungen. Es gibt aber keine Institutionen, die das neutral entscheiden könnte. So etwas ist nicht möglich. In diesem und diesem Fall war es tatsächlich keine Desinformation, sondern immer, wenn man Desinformation bekämpft, ist es irgendwie... Ist es gleich staatliche Zensur. Ein Gesetz gegen Desinformation ist staatliche Zensur. Du siehst das schon ganz richtig. In Russland, dort gibt es so ein Gesetz gegen Desinformation, dort gibt es ein Gesetz, was verbietet... Oh, er greift tatsächlich Russland an. Krass. Ja, habe ich schon in der Vergangenheit das Häufigeren getan. Habe ich sogar in meinem ersten Gespräch mit Dominik Reichert, glaube ich, auch angesprochen, dass das ja der Einschränkung der Meinungsfreiheit dient und ich deswegen sowas bei uns nicht haben will. Und wir das jetzt durch den Digital Services Act, zumindest auf EU-Ebene, noch haben. Desinformationen über das russische Militär zu verbreiten und... Oha, okay, okay, stark. Das ist stärker, als ich gedacht hätte. Überraschung, Regierungskritiker, Leute, die den russischen Krieg in der Ukraine... Und soziale Marktwirtschaft schreibt, du kriegst die Verbreitung in Fake News gar nicht eingedämmt, verwässert endlich das Bildungssystem. Ja, absolut. Aber das ist hier gar nicht mal der Punkt. Also, selbst wenn du dir Zielsetzen würdest, Fake News einzudämmen, dann würden halt nur regierungskritische Fake News eingedämmt und Fake News, die von der Regierung selbst kommen, die würden nicht eingedämmt werden. Das wäre dann die reale Folge. Also, darum geht es mir gerade nur. Aber da hast du natürlich recht. Wenn man das jetzt als Ziel hätte, dass ein sachlicherer Diskurs stattfände, dann sollte man vor allem ins Bildungssystem investieren und nicht irgendwelche Zensurgesetze erlassen. Kritisieren, die werden unter dem Vorwand dieses Gesetzes dann abgeurteilt. Also, wie gesagt, das ist ein Mittel autoritärer Staaten. Das hat in freiheitlichen Demokratien nichts verloren. Auf X, der Plattform von Elon Musk. Und da gehe ich mal hier rüber. Felix Huxhase, nein, du bekommst kein VOD abgespielt. Das hier ist live, also... So, dann habt ihr oben auch die Quelle. Ich glaube, ich weiß, wer hinter der Sache mit meinem Kanal steht. Da diese miese Ratte, also dann meint er mich, ich sei eine riesige miese Ratte, mit ihrer Stolz... Das dürfte zum Beispiel übrigens, ähm... Dürfte zum Beispiel übrigens eine Beleidigung sein, die nicht erlaubt ist. Aufwandzeige gegen mich gescheitert ist, bin ich übrigens nicht. Sowas dauert immer seine Zeit. Ähm, viel Spaß bei der Einreise nach Deutschland. Klick, klack. Und ich mich über ihn lustig gemacht habe. Halt dann auf diese Weise. Ich habe das im Urin. Na gut, das wird dann stinken. Äh, guckt das gute Video von diesem rechten Spinnerten. Einer der wenigen Nicht-Geisteskranken. Ja, eigentlich... Also, ich finde, es ist wirklich ein bisschen unnötig, Agitator als rechts zu bezeichnen, um gegen ihn sein zu können. Ich kann ganz gut damit leben, dass Agitator nicht rechts sein muss und ich trotzdem wirklich aktiv gegen den sein kann. Ich bin schon an diesem rechten Spinnerten, äh, Tobias Hoch. Du weißt, wer ich bin. Du hast schon mal mit mir diskutiert. Du warst bei Imp zu Gast. Also, so gesehen hast du Kontakt zu mir. Du weißt ganz genau, wer da verlinkt wurde. Ich halte von dieser Kontaktschrift nichts, aber es gibt andere Leute, denen ist das ganz, ganz wichtig, auf diesem Niveau zu argumentieren. So weit rechts, dass es schon fast wieder links ist. Können wir zurückkommen auf die NSDAP und deren linken Ströme? Nein, Spaß. Das wäre drüber. Ähm, ja, ich finde diese Links-Rechts-Einordnung für der ist absolut lost und vertritt unmögliche Positionen, hat relativ wenig mit links oder rechts zu tun. Das gibt es halt auf allen Seiten. Habe ich halt geschrieben. Auch das stimmt nicht. Ich habe relativ gemäßigte mittige politische Ansichten. Ich bin, wie gesagt, wir müssen den Verfassungsschutz ersatzlos abschaffen. Wofür brauchst du einen Inlandsgeheimdienst, der die Opposition drangsaliert? Das ist eine absolut pro-demokratische Position, die ich hier habe. Der muss ersatzlos weg. Wir müssen den ÖR ersatzlos abschaffen. Nein, das ist dann nicht meine Position. Den gibst du gerade falsch wieder. Ich habe es vorhin schon mal erklärt. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Mittige Positionen, zum Beispiel wie, ja, die ersatzlose Abschaffung des ÖR und des Verfassungsschutzes. Solch mittige Positionen halt. Mittiger wird es nicht mehr. Das ist die bürgerliche Mitte, die ihr seht. Er ist zentrißt. Sagt für die linke Wirtschaft. Das ist jetzt ein Argument dafür, dass ich angeblich radikale Positionen hätte, dass ich eine Reform des ÖRs will. Nicht, wie er hier behauptet, eine ersatzlose Abschaffung. Das habe ich so nicht gefordert. Wie gesagt, ich habe es vorhin schon erklärt. Ich mache das jetzt nicht nochmal. Und dass ich halt keinen Inlandsgeheimdienst will, der eine weisungsgebundene Behörde des Innenministeriums ist und der dann Oppositionsparteien wie die Linkspartei früher, wie jetzt die AfD und der auch schon Zewim Dadelin vom BSW ins Visier genommen hatte in einem Papier. Also so eine Behörde, die quasi auf die Opposition losgehen kann und die vom Innenministerium kontrolliert wird, dass ich die nicht haben will, das ist eine total radikale Position. Ja. Politik, deswegen würde ich mich eher als links bezeichnen. Ich bin für eine friedensbasierte Außenpolitik. Ich bin dafür, dass Konflikte eher... Friedensbasiert. Das ist ein nichts aussagendes Wort. Das ist sehr viel aussagend. Unsere Antihamas sollen Waffenstillstand schließen, Russland und die Ukraine sollen Waffenstillstand schließen. Ich bin gegen Waffenlieferungen nach Israel und in die Ukraine. Ich bin dafür, dass diese Konflikte durch Verhandlungen gelöst werden. Am Verhandlungstisch jetzt mit Gewalt gelöst werden, egal ob das jetzt in der Ukraine ist oder im Nahen Osten oder sonst wo. Also das ist so eine allgemeine Position, die ich habe. Und ich bin halt auf jeden Fall für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung. Auch da stehe ich ohne Vorbehalt dahinter. Also weiß ich nicht, woher Tobias Hoch diese Vorwürfe hier nimmt. Andere, die weiter links stehen, als er selbst als rechts zu bezeichnen. Hat meine Kritik an deiner Verteidigung der Holocaust-Leugner dich so sehr getroffen, dass du jetzt Lügenmärchen erfinden musst? Anscheinend. Dann kommt noch eine weitere Anzeige wegen Verleumdung. Da heult er dann weiter rum. Mimimimimi, alle sind so böse, nur der Maximilian. Links und Marktwirtschaft im Namen. Ah ja, Marktwirtschaft kann ja auch linker oder rechter sein. Also er ist ja jetzt niemand, der Kommunist ist. Das wäre natürlich noch linker. Aber du kannst ja links der Mitte sein und trotzdem nicht für Planwirtschaft oder kommunistische Wirtschaft, was auch immer. Es gibt ja Zwischendinger. Muss man ja auch einsehen. Jan, ich habe ihn nur vermutet. Ja, das sind halt diese Spinnerten. Genau, dieser soziale MW, der hat was dagegen, dass ich gegen Fake News und gegen die Feinde unserer freilich-demokratischen Grundordnung vorgehe. Ich halte es für ein Akt, wider der freiheitlich-demokratischen Grundordnung die Meinungsfreiheit einzuschränken und gegen Desinformation, was letztlich nichts anderes ist, als Regierungskritik vorzugehen. Wir haben kein Wahrheitsministerium. Wir haben keine Pflicht, die Wahrheit zu sagen. So etwas darf es in einer freiheitlichen Demokratie nicht geben. Ja, also vom Wahrheitsministerium hat jetzt Tobias Huch auch nicht direkt gesprochen, aber... Wer legt fest, was die Wahrheit ist? YouTube? Also, wenn es über die Community-Richtlinien ist, dann YouTube. Noch schlimmer. Ein kapitalistischer Großkonzern, der keinerlei demokratischer Kontrolle unterliegt. Ja. Braucht man gar nicht groß drauf eingehen. Ich habe jedenfalls damit nichts zu tun. Aber ich bin natürlich schuld. So kennt man das. Im Zweifel ist der Liberale dran schuld. Also, Tobias Huch kündigt an, durch Ausnutzung der YouTube-Community-Richtlinien, zumindest so wie ich das interpretiere. Ihr könnt euch die Original-Aussagen gerne... Ausnutzung hat er nicht gesagt. ...nochmal mein Video dazu ansehen, dass er in der Lage sei, 80 Prozent dieser Schwurbler-Desinformationskanäle auf YouTube sperren zu lassen. Und jetzt vermutet Maximilian Pütz, dass Huch was mit der Sperrung seines Kanals zu tun hat. Also, ja, dann hau doch nicht so großkotzige Ankündigungen raus. Dann vermutet auch keiner, dass du eventuell was mit der realen Sperrung von Kanälen zu tun hast. Also, das, was du da angekündigt hast, ist absolut ungeheuerlich. Und selbst wenn das nicht stimmen sollte, dann distanzier dich doch von deinen eigenen Aussagen. Dann sag doch, es tut mir leid, dass ich hier angekündigt habe, Kanäle sperren zu lassen. Naja, es ist ja... Also, er hat das angekündigt, das ist korrekt. Aber es heißt ja trotzdem nicht, dass er für jede Sperrung daraufhin in Zukunft verantwortlich ist. Ich meine, man könnte sagen, dass der Verdacht erstmal auf ihn fällt. Ähm, ist nicht ganz ausgeschlossen, klar. Das ist verständlich, absolut. Aber trotzdem kann ich jetzt sagen, dass er in diesem Fall... ...in diesem Fall nicht verantwortlich war. Aber ich stelle euch die Dame, wie es hier geschrieben wird, gleich vor. Die, ähm, eine andere Meinung haben als die Regierung und hier, ähm, unter dem Vorwand gegen Fake News vorzugehen, einfach politisch, also einfach die Zensur politisch anderer Lager gefordert habe, sag das doch einfach. Sag das doch einfach. Das ist es, nämlich meiner Ansicht nach, das, was du getan hast. Wie gesagt, meine Analyse dazu ist meine persönliche Meinung. Aber, ja, kannst du doch dazu sagen. Das wäre doch kein Problem. Ähm, und dann schauen wir jetzt mal, was Salami so von sich gibt. Okay, schade. Jetzt ist er fertig, über mich zu reden. Aber das ist doch sehr, sehr interessant. Ähm, danke an meine Mods, die mir diese... Oder, ja, danke an meine Mods, die mir diesen Ausschnitt von Tobias Hochstream hier zur Verfügung gestellt haben. Schön, dass wir darauf reagieren konnten. Ähm, finde ich interessant, was der gute Tobias Hoch in seinen Streams so über mich erzählt. Vielleicht sollte ich mir mal häufiger anschauen, was er so auf seinem Kanal da treibt. Wurgemerkt als Mitglied einer Regierungspartei. Also alles, was er sagt, ist übrigens auch im Namen der gesamten FDP und damit der gesamten Regierung. Äpt. Ja. Habe ich wieder nicht behauptet, wieder ein Strohmann. Es ist ja ziemlich interessant, was für Lügen er hier über mich erzählt und was für Dinge er sich hier einfach straight up ausdenkt. Also wie gesagt, ich bin nicht rechts. Ich habe auch sonst nichts mit rechts zu tun. Ich habe total linke Ansichten. Hast du auch dann mit rechts nichts zu tun, wenn du sagst, dass man sagen soll, die Rechten haben da Recht oder die Rechten haben Recht? Hast du auch dann... Ja, wenn die Rechten Recht haben, dann soll man sagen, sie haben Recht. Das würde ich auch bei jedem anderen so sagen. Einen Punkt was mit rechts zu tun? Ich meine, ist jetzt nicht schlimm, aber ja, das ist doch sehr, sehr interessant. Aber ist auch interessant, was für eine Dichotomie er hier aufbaut. Ich, der Held, der Ritter Tobias Hoch, der für die freiheitlich-demokratische Grundordnung kämpft, natürlich durch Einschränkung der Meinungsfreiheit. Und wie bekämpft man sonst für die freiheitlich-demokratische Grundordnung, wenn man nicht Leute mit anderer Meinung einfach wegsperrt? Und auf der anderen... Naja, es gibt ja zumindest mal Leute, die gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung sind, die man dann auch... Um die ging es aber nicht. Um die ging es an keiner Stelle. Das hat Tobias Hoch jetzt eingeworfen, ohne dass die Thema war. In Teilen gesetzlich gesehen absolut einwandfrei bekämpfen kann. Das existiert ja. Wir haben ja in Deutschland keine absolute Redefreiheit. Und seit die Fake-News verbreitenden... Also wenn ein Zensurgesetz nüßt gegen das Grundgesetz verstoßen würde, was es tut, wir haben ja gesagt, die grundgesetzlich geschützte Meinungsfreiheit, dann wäre dieses Zensurgesetz okay, oder wie soll ich das jetzt verstehen? Ein Schwurbler, die gegen unsere Demokratie an sich sind. Jetzt würden wir einfach sagen, das sind Leute mit anderer Meinung, die man in einer Demokratie aushalten muss, aber vielleicht bin ich da einfach zu liberal für unseren guten, liberalen Tobias Hoch. Naja, naja, war jetzt so ein bisschen, was man erwartet hätte. Nur als das von Tobias Hoch erwartet, dass er so über mich redet. Und wie gesagt, ich habe mich mit dem nicht beschäftigt. Ich habe nur gesehen, was Tobias Hoch über Fabio De Masi erzählt hat, was er über Marcellus Wallace erzählt hat. Also konnte ich es bei mir auch erwarten. Also ja, das war auch das, was ich von ihm erwartet hatte. Wird Tobias Hoch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung abschaffen? Wird er die Demokratie beenden, wenn er so weitermacht? Ich glaube noch nicht ganz dran, aber vielleicht kann mich Agitato ja noch davon überzeugen. Ja, habe ich auch nicht behauptet. Ist ja auch egal. Ja, war eigentlich gar nichts, das Video. Es waren nur Unterstellungen. Es war wirklich... Ja, es war nichts. Ich fände es schön, wenn wir mal ein Video von Hugo sehen würden, wo er gegen meine realen Positionen argumentieren würde und sich nicht irgendwas ausdenken würde. Beziehungsweise, okay, beim Verfassungsschutz, da hat er gegen meine reale Position argumentiert. Aber da finde ich, habe ich die besseren Argumente. Da werden wir auch noch eine Debatte zu machen. Bisher hat er sich zumindest laut meinem neuesten Kenntnisstand nicht bei mir gemeldet. Da bin ich gespannt, wann das geschehen wird. Da wollten wir auf jeden Fall noch eine Debatte machen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.